Viel Applaus gab es für den italienischen Filmemacher Nanni Moretti und sein Team auf dem roten Teppich von Cannes. Beim Festival an der Côte d'Azur ist er ein guter alter Bekannter. Er wurde 2001 mit der goldenen Palme für das Zimmer meines Sohnes ausgezeichnet. Nun hat er einen neuen Film im Wettbewerb, Tre Piani auf Deutsch übersetzt, drei Stockwerke, in dem er auch selbst mitspielt. Erstmals stammt das Originaldrehbuch nicht von Moretti selbst. Die Tragikomödie basiert auf einem Roman des israelischen Autors Esch Kolnevo und stellt die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Rom in den Mittelpunkt. Morettis 13. Film wurde vor der Pandemie gedreht und war im Frühjahr 2020 für eine Premiere in Cannes bereit. Doch dann fiel das Festival aus. Was lange wert wird, endlich gut. Tre Piani ist einer der 24 Bewerber im diesjährigen Wettbewerb um die höchste Auszeichnung, die goldene Palme. Untertitelung des ZDF für funk, 2017